Moin und willkommen zurück auf meinem Kanal. Eine kleine kurze Info. Ich bin auf einen User gestoßen, der sehr schöne Videos macht. Er erklärt auch sehr ruhig und präzise, gibt sich die größte Mühe bei allen Videos. Gut verständlich, würde ich sagen. Also ich fand es gut. Ich habe mir schon einige Videos angesehen. Und zwar ist das hier dieser User. This from IT. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Also ich bin echt begeistert von seinen Videos. Hier auch mit LibreOffice zum Beispiel, wie es installiert wird. Oder Linux Mint sichern. Ist Linux Mint Homeoffice und ja, ihr könnt ja auch hier, Ventoy zum Beispiel. Ist ja auch interessant mal zu wissen, wie benutze ich ein USB-Stick mit Ventoy. Ja, das ist die Windows-Installation, was er hier wohl zeigt. Aber ich habe es mir noch nicht angesehen. Ihr könnt es euch selber ansehen. Der ist unten in der Videobeschreibung hier verlinkt. Der User. Und schaut euch den mal an. Der ist, ja, informativ, würde ich sagen. Diese Videos. Klasse. Also, war mir schon mal abonniert und Daumen hoch, ja. Ich werde mir die restlichen Videos auch mal nochmal ansehen. Und auch hier, Linux, PopOS, ja, als Alternative zu Windows. Schaut es euch mal an. Auch nicht irgendwelche Videos, die ewig lang sind. Und nicht viel Dummes zu euch erzählen, so wie bei mir. Ja, gut. Ich schweife manchmal ein bisschen aus. Ich weiß. Aber trotz alledem. Ja, also, ich bin der Meinung, der hat es auch verdient, dass ihr mal da reinschaut bei ihm. Er macht nicht nur Linux, wie wir sehen was. Er macht wohl auch Musik. Ja, ich kann das jetzt nicht starten, weil sonst habe ich vielleicht Urheberrechtsprobleme. Und, ja, ich weiß nicht, ob ich das einfach so abspielen darf. Aber, wie gesagt, schaut mal rein. Sehr interessant. 32 Videos hat er schon. Also, viel Spaß damit. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.